Oh kacke, naja, ich sitze in der Falle. Hehehe, wir werden sehen, wie du dich in der Arena des Schicksals schlagen wirst. Raymond, hier bin ich! Ruhe! Raymond, hu hu! Ich sagte Ruhe! Hey, das doch ist mein Freund! Wirst du wohl still sein, du dämliche Kröte! Reflux ist mein Champion und kein Knarren hat ihn je besiegen können! Glaubst du wirklich, dass so ein armloses Würfchen nicht du eine Chance hast? Nein, Molly, ich bin sicher, dass dein Freund in der Arena erstrahlen wird! Sobald Reflux ihn in Brand gestellt hat! Der Kampfvügel beginnen! Und wir kämpfen gegen Reflux. Naja, der auch noch mal auftaucht als Endboss. Ist er sich jetzt ausgewirbelt? Schnell weg von ihm! Ich besiege den, ich weiß auch wie er geht! Ach komm! Nicht treffen lassen! Ach du Kacke! Hä? Komm dem Sieisch! Der ist easy! Ja, ich finde den gar nicht so schwer! Aber ich hole noch mal! Das wollte ich schon! Tut mir leid, das ist so leck! Das ist so leid! Au! Komm Reflux! Gib auf! Da hat er noch eine Menge drauf! Reflux! Ich gewinne! Nur prozentig gewinne ich! Na komm schon! Na, das kann auch ein bisschen dauern, bis ich dann noch mehr Schaden gemacht habe bei dem! Angeblich galt er ja als ungeschlagen in seiner Gladiatoren-Arena! Mhm! Aber dem ganzen werde ich entgegensetzen, indem ich ihn besiege! Komm, die Hälfte haben wir! Ah, jetzt muss das so schön! Schockwellen! Alter! Fuck, Alter! Du bist ja richtig krass! Wie viele Schockwellen will der da noch machen? Das ist ein Boss, der ein bisschen länger dauern könnte. Jetzt habe ich aber erstmal Energie! Runter! Junge ey, du lässt dich aber auch wirklich von jedem Mist treffen, wa? Das ist ja schlimm! Hallo, Reflux, was hast du drauf? Du wier hast du dich? Der ist nicht leicht, das gebe ich auch ungern zu, aber ich habe ihn schon mal besiegt, naja ich weiß es So, über die Hälfte haben wir ja Ach der ist jetzt so oft hintereinander Er macht wieder Schockwellen, ja ja komm Er ist wirklich einer der nervigsten Bosse meiner Meinung nach So, über die Hälfte So, über die Hälfte Ach komm bitte Hölzuffchen, diesen dummen Strahlen, ich will dich treffen Er hat wirklich nicht mehr viel, dann habe ich Refrox und bin das erste Mal ausgeschaltet Boah alter, ich falle jedes Mal so krass tief runter, wow, kann ich nicht einmal treffen? Ich könnte mal seine Phase beenden Beende doch mal deine Phase, das wäre am besten, ja Würde ich mir wünschen Ich habe ihn erfasst Und jetzt macht er das schon wieder, hm Ich kenne ja seine Phasen, die er da macht Alter, warum hing der da jetzt fest, verstehe ich wiederum nicht Ich brauche Energie Man, ey, ich krieg die Kotze hier Wow Ich sammle jetzt mal Energie Soll ich keine Chance gegen den Warum wär doch mal gefährlich Der wurde aber ganz schnell bei dem Los, Refrox Los, Refrox So, noch ein bisschen und dann habe ich ihn Bisschen hat er noch Der hat nicht mehr viel, der ist easy Ich besiege ich aber mal sowas von Ich besiege ich aber mal sowas von Scheiße Ich darf nicht aufgeben, sonst habe ich das verkackt Und darf den nochmal neu machen Ey, das ist einfach anstrengend, wenn es hier nebenbei so richtig ruckelt Das geht gar nicht Das geht gar nicht Ich fange nicht Ich fange nicht Ich fange nicht